Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Kerne Leupersdorf. Tag 2 beim Mauer-Effekt-Master-Seminar für erfolgreiches Verkaufen, erfolgreiche Verkaufsgespräche im digitalen Zeitalter. Und die Teilnehmer tauschen sich gerade aus über die ersten Erkenntnisse, die sie gestern gewinnen konnten. Und wir starten jetzt in der Früh pünktlich um 8.59 Uhr und beginnen mit den Verkaufsgesprächen, mit dem Training, mit dem Verinnerlichen, der Einwandbehandlungen. Und ich habe schon Riesenfreude, denn heute wird es bei vielen machen. Und es werden die Erkenntnisse zu laufen beginnen, damit der Verkauf in Zukunft erfolgreicher verläuft und die Abschlussquoten in Richtung 100% wandern. Euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe aus der Steiermark, der Wolf-Eckmacher. Euer Hannes.